So, jetzt mal eine kleine Ankündigung für das folgende Video. Mein Headset hat gesponnen, beziehungsweise ich glaube mein Port hat gesponnen. Auf jeden Fall, meine Soundqualität ist unter aller Sau und ich konnte sie nicht retten. Das bedeutet, der Part kommt, der ist drin, aber er ist halt mit schlechter Qualität. Das bedeutet, wer ihn trotzdem gucken will, darf ihn gucken. Ich mache ihn so ungefähr dann halt als halben Part, also ich zähle ihn nur so als halben Part an. Ja, wer möchte, darf ihn sich trotzdem angucken. Wer nicht möchte, soll es lassen. Ich möchte bloß die Challenge, die habe ich jetzt halt schon gemacht. Und ich bin froh, dass ich sie geschafft habe und ich habe halt keine Zeit, das nochmal aufzunehmen, weil ich heute noch lernen muss. Also, der andere Part, der heute noch kommt, der ist besser. Ich lasse euch dann mal viel Spaß mit dem Part, falls ihr ihn dennoch gucken wollt. Wenn nicht, macht einfach mal einen Ton aus. Ganz ehrlich, macht einen Ton aus, guckt es euch so an, legt irgendwie Musik drunter. Viel Spaß damit, tschüss und viel Spaß. Willkommen zurück bei The Binding of Isaac, Rebirth. Es ist endlich soweit, wir machen wieder einen neuen Run. Oder soll ich nochmal eine Challenge machen? Ach Leute, kommt, ich gebe mir die Challenge nochmal. Der Dead Bird, also ein toter Vogel. Curse of the Labyrinth. Ich, äh, also das hier ist jetzt ein XXL Floor. Das bedeutet so viel wie, ähm, sehr großer Flur. Also es gibt sehr, sehr viele Gegner. Und was ist mit der Tür hier unten nicht richtig? Muss ich die aufsprengen oder wie sieht es aus? Ich mache einfach mal. Okay, sie sieht aus, als hätte sie was abbekommen. Ich mache einfach nochmal. Ja, jetzt ist sie offen. Vielleicht befindet sich dahinter ja ein Schlafzimmer. Ähm. Okay, ich lege hier einfach mal ein paar Bomben. In der Hoffnung, es passiert was. Ah. Ich gehe einfach runter. Tut, 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 tut. Wie cool ist das denn? Mal gucken, was in der Kiste drin ist. Geld und eine Bombe. Okay. Es flasht mich gerade ein bisschen, weil... Was zum Hinker war das? Passiert auch was, wenn ich das Bett spreng? Nee, aber hier in den Dingern sind Münzen drin. Cool. Funktioniert das nochmal? Ich mache jetzt einfach mal. Leute, ich habe Spaß, ihr merkt es. Da kann scheinbar auch gegnend und sein ist ja auch egal. Ich gehe jetzt mal weiter, bevor ich hier zu viel Spaß habe. Kann man überhaupt zu viel Spaß haben? Ja, kann man, aber nicht sehr oft. Nein, ich habe ja keinen kleinen Stein, also bringt es nichts, die Bomben, Steine zu sprengen. Sondern wir probieren uns hier einfach durch und gehen mal hier rein. Oh, PhD. Ich brauche mehr Geld. Wenn ich noch zwei Coins habe, kann ich mir PhD kaufen. Und PhD ist cool. Damit haben wir noch positive Pilleneffekte. Und dadurch, dass wir aus der Kacke durch die Steine eine Kacke mehr kriegen, die wir als Trinket standardmäßig hier in dem Run haben, Ja, lohnt sich das. Oh, da war ein Tinted Rock. Den habe ich erst gar nicht gesehen. Und natürlich schiebt das Ding meine Steinkacke weg. Und ich verfehle natürlich mit all meinen Bomben den Tinted Rock genau. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Ding kommt schneller. Naja, gut. Wir kriegen das trotzdem hin, die eine Münze noch zu kriegen. Eine Münze kommt, Leute. Die kriegen wir auch irgendwie. Also eine Münze. Ja, das ist ein Schlüssel. Schlüssel sind ungleich Münzen. Das ist nicht gut. Aber da könnten Münzen drin sein. Und da kommen wir sogar dran, ohne sprengen zu müssen. So. Oh, da sind Münzen drin. Jetzt wollte ich mir PhD. Ihr wisst ja, positive Pilleneffekte sind immer gut. Beziehungsweise, das heißt nicht positive Pilleneffekte, sondern das heißt einfach keine negativen Effekte. Und keine negativen ist nicht gleich positiv. So. Hämathesis. Das reduziert unsere Leben und spawnt dafür mehr. Also mehr, als wir verloren haben. Das heißt, wir haben ein Herz jetzt auf Ersatz. Das ist nicht schlecht. Finde ich sogar ganz gut. Zuhässiges Ding ist einfach kaputt. Und wir gehen weiter. Fliegen. Und Tinted Rock. Ich ärgere mich wirklich, dass ich meine ganzen Bomben verballert habe. Ich brauche wieder Bomben. Du hast doch bestimmt eine Bombe für mich. Du ängstliches Spinnchen. Ja, hast du. Bist eine Liebespinne gewesen. So. Mal gucken, was hier drin ist. Eine Kiste. Nehme ich gerne an. Kisten sind unsere Freunde. Da ist noch eine kleinere Kiste drin. Gut, hat uns jetzt einen Schlüssel... Naja, dadurch, dass wir wieder Schlüssel bekommen haben, hat das Runde eigentlich nicht viel gekostet. Moment, da ging es noch nach unten. Unten ist der Weg, den ich gehen möchte. Oh, und hier ist der Bossraum. Äh, ich gehe noch nicht zum Boss. Ich möchte mich hier erst noch ein bisschen umgucken, weil aus den Kisten... Ja, könnten auch noch Items kommen. Stattdessen fange ich mir lieber noch einen Heap und wir brauchen wieder Bomben. Man weiß ja nie, was hier noch so kommt. Ja, Bombe. Äh, ich weiß, das ist Verschwendung für ein Herz, weil hier noch halbe Herzen lagen. Aber das passt schon. Ich denke mal nicht, dass wir so viele Leben verlieren werden. Und wenn es schwerere Gegner gibt hier, dann kann ich immer noch das Spacebar-Item aktivieren. Und für diese Kiste bin ich ganz froh, dass wir Bomben haben. Weil ich möchte an die Kiste auf jeden Fall dran. Oh, der Emperor. Ähm, wie erklärt man den Emperor am besten hier? Ist noch so ein Raum. Oh, noch ein Trinket. Pool Swarm. Nee, den finde ich nicht gut. Dann nehme ich lieber die Pertified Poop. Das ist der gleiche, oder? Das ist der gleiche? Das ist was anderes mal, so ein 2D-Isaac. Ich finde das richtig cool, dass hier sowas versteckt ist, aber ich verstehe... Entschuldigung, ich habe einen... Ach, ich habe einen Draug in den Hals. Ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht so wirklich. Aber cool ist es. Und das ist die Hauptsache. Und ich hole mir jetzt noch einen Spirit Heart. Ich habe noch eine Bombe. Ich könnte mir hier eigentlich das Ding auch holen. Oh ja, noch ein Spirit Heart und ein Schlüssel. So, wir gehen durch. Dann hole ich mir da hinten, nämlich hier noch Spirit Heart. So. So muss das. Aber was dieses Schlafzimmer da unten sollte... Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Ich gehe da nur mal rein. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen ein Sidechain ist, aber... Leute, ich finde dieses Schlafzimmer richtig cool. Ist das Isaacs Schlafzimmer? Das sieht ein bisschen so aus, wie das, was man im Vorspann gesehen hat. Und dann war das auch die Falltür, die eben unter seinem Teppich versteckt war. Und warum gehe ich außen rum? Ich weiß es nicht. Oh, Larry Jr. Oh, der große Larry Jr., das ist die andere Version. Ja, es gibt ja einmal den, der in mehrere kleinen Larry Juniors auftaucht. Also zwei bis drei. Und es gibt den hier, der extrem lang ist, halt die zusammengefasste Version. Aber wenn er ihn in der Mitte teilt, dann teilt er sich auch nochmal mit. Vorteil bei Larry Jr. als Gegner ist er, er sorgt hier für Kacke. Und wir haben ja durch die Petrified Crew eine höhere Chance, dass aus Kacke was rauskommt. Aber scheinbar nicht bei Kacke, die unser Gegner sphorn. Das ist sehr, sehr schade, aber es macht nichts. Was zum Henker ist das? Caffeinepill. Okay. Ähm. T-User. Monstro. Entschuldige, dass ich im Moment nichts gesagt habe. Ich war gerade immer noch so geflasht und warum gibt es hier Zusatzgegner? Die sind doch im normalen Monstro nicht drin. Ja, mach Platz, oh. Mach ich überall Kacke draus. Ja, ich kann meine Gegner in Kacke verwandeln. Was kannst du, Monstro, außer mich anspucken? Ich mach Kacke draus und mach sie dann kaputt. Und ich würde mal interessieren, muss ich die dann auch wirklich früh genug kaputt machen, dass sie nicht wieder sich zurück verwandeln? Oder bleiben die für immer so? Oder warum nehmen die noch Schaden? Wahrscheinlich, weil es im Original halt immer noch Gegner sind. Und es ist echt cool, dass ich meinen Gegner in Kacke verwandle. Ach Mist, jetzt wurde ich... Hat der mir gerade ein ganzes Seelenherz gezockt. Monstro, was ist mit dir nicht richtig? Das finde ich ein ganz... Du bist noch nicht so weit, dass du mir hier ein ganzes Herz abziehen darfst. Oh, und Dogfood. Mehr Leben. Aber immer noch kein Range Up. Oh, und Mom schiebt Isaac ab. Oh, der armer Isaac. Ich mag Isaac. Isaac ist ein lieber kleiner Gerät. Oh, ich müsste fliegen können. Ja, fliegen wäre jetzt echt nicht gerade schlecht. Aber vielleicht kommen wir ja noch zum Fliegen. Ja, die Fledermäuse. Ich mag Fledermäuse. Im eigentlichen... Das habe ich schon öfter gesagt, dass ich diese Fledermäuse hier überhaupt nicht leiden kann. Das sind so Gegner. Wenn ich könnte, würde ich sie jetzt in Kacke verwandeln. Aber wir kriegen stattdessen eine Range Up Pille. Ja, das lohnt sich doch. Das lohnt sich echt, weil... Gut, ihr seht, die Range ist jetzt nicht so viel größer. Aber sie ist größer und das ist die Hauptsache. Aus denen können leider ab und zu mal Knochen rauskommen. Das ist dann gefährlich, wenn diese Knochenfutzes kommen. Deswegen halte ich zu denen ganz gerne Abstand. Aber gut, geht auch so. Ähm, verschiedene Arten von Pillen. Äh, Pillen ja. Kisten. Die Kisten finde ich an sich relativ gut. Ich mag auch solche Mob Traps. Also ähm... Monsterfallenräume. Um das mal zu übersetzen. Mob Trap Room. Und ich mach die jetzt hier alle fertig. Und gut, dass das jetzt noch nicht als Hit gezielt hat. Im alten Isaac hätte das jetzt wahrscheinlich schon ein Treffer für mich bedeutet. Bin ich froh, dass das nicht mehr so ist. Weil, wäre ein bisschen unfair gewesen, wenn mein Gegner direkt in mir spawnt. Kann ich ja vorher nicht wissen. Dass ich da zumindest nochmal die Chance bekomme rauszugehen. Also aus dem Gegner. Und keinen Schaden zu kassieren. So, und ich mach euch jetzt fertig. Aber wir machen immer noch ein bisschen wenig Schaden. Also jetzt noch eine Dam... Also, Armatheal's Up, Damage Up und Range Up. Wäre richtig cool. Aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht. So, mal gucken, was hier drin ist. Oh ja. Flat Penny. Ähm... Wir kriegen Schlüssel, wenn wir Münzen aufheben, besteht die Chance, dass wir Schlüssel kriegen. Halte ich aber jetzt... Da halte ich immer noch die Fatrified Proop für das bessere Trinket. Und weil es sich einfach deutlich mehr lohnt. Und ja, das sind halt so Räume. Hier wären Fliegen eigentlich die viel besseren Begleiter als unsere komischen Spinnen. Weil eben Spinnen können halt nur über Land drüber laufen. Und wir haben hier mehr Fläche zum Fliegen. Oh, und wir kriegen natürlich den, äh... Haltzweck-Schlüssel. Den Golden Key. Nur so, dass wir nicht drankommen. Ja. Verwandle dich in Kacke. Finde ich viel besser. Naja, Bomben helfen uns auch nicht immer an den... Ja, Master Key. Ich weiß nicht, ist das der Master Key? Ich glaube nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall, wir kommen da nicht dran. Solange wir... Keine Dicks haben. Ich glaube, wir nicht fliegen können. Mal hier gucken. Ja, Slot Machine ist nicht wirklich gut. Aber ist die Pille nicht die Tiersab-Pille gewesen? Wenn ja, dann sollte ich mir vielleicht mal überlegen, die zu holen. Ja, für Schaden könnte ich einen Schlüssel nehmen. Ich muss irgendwie fliegen lernen. Fliegen wäre jetzt richtig episch. Vor allen Dingen, da wir hier auch nicht an das Feuer rankommen. Also, an die eine Münze, die durch das Feuer erschienen ist. Und ja, ich lasse mich treffen. Aber wir kriegen die letzte Münze. Das ist meine Tiersab-Pille. Ich hoffe, es ist Tiersab. Wir haben ja PhD, also kriegen wir nur positive Pillen. Und das ist gut. Und wir können vorher sehen, was ist noch so ein anderer Vorteil, den PhD mit sich bringt. Wenn wir die Pille aufnehmen, können wir sofort sehen, was drin ist und müssen sie nicht ausprobieren. Was aber bei PhD nicht so schlimm ist, ich komme da echt nicht dran. Das ist weil PhD halt nur, weil PhD halt keinen negativen Pillen-Effekt im Übrigen bringt. Oder kann es sein, dass sie nur ganz, ganz selten auftreten. Und dass sie trotzdem vorkommen können. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich mag unsere furzenden Freunde nicht. Also, Freunde sind es nicht wirklich. Ich mag euch nicht, nee. So, irgendwo ist noch eine große Spinne. Ja. Furcht Spinnen. Und ein Spirit Heart. Ja, ja, ja. Ein schwarzes Herz war auch mal nicht schlecht. Wir hatten, glaube ich, in noch keiner Challenge ein schwarzes Herz gefunden. Und die Challenge geht schon wieder zwölf Minuten. Das ist immer furchtbar. Und das halbe Herz, um wieder volles Leben zu haben. Keine Münzen, zwei Bomben, ein Schlüssel. Was will man mehr? Ähm, hier oben ist der Bossraum. Ich mache jetzt noch den Boss fertig und dann kriegen wir vielleicht mal wieder ein gutes Item. Oh, der Gott, nicht Piep. Leute, Piep ist einer der Gegner, die ich am wenigsten mag. Ich glaube sogar... Na, das ist nicht der, den ich am wenigsten mag. Da gibt es noch die Maske der Infirmie und, ähm... Wen könnte man denn noch als... Gegner nennen, die man am meisten hassen muss. Bloat. Die Piep-Version, die am schlimmsten ist. Weil Bloat einfach alles kann. Mich würde interessieren, kann ich seine Augen in Kacke verwandeln? Nee, kann ich nicht. Schade, das wäre lustig geworden, wenn Pieps Augen jetzt in Kacke geworden wären. Also zumindest sein eines. Weil mit einem Auge habe ich keine Probleme, aber mit zweien, das finde ich nicht toll. Aber ich fände es gut, wenn Piep zu mir... Ja, kreist mich halt ein. Wenn Piep zu mir springt, hier drüben, dass er... Dass ich halt die Bombe zünden kann. Ja, komm. Zack. Natürlich verfehle ich ihn wieder. Stirb, piep, stirb. So. Oh ja. Magic Mushroom. All Stats up. Jetzt sind wir richtig gut. Jetzt können wir auch Mom, glaube ich, besiegen. Oh. Armer Isaac. Isaac wurde ziemlich viel gemobbt, glaube ich. Oder er hat einfach nur Albträume von allem. So. Jetzt haben wir auch mehr Damage, mehr Range. Eigentlich alles, was man will. Außer fliegen. Fliegen ist das letzte, was wir noch können müssten, um wirklich gut aufgestellt zu sein mit Isaac. Aber ich könnte hier alles in Kacke verwandeln. Das finde ich aber nicht. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja irgendwann in einen Raum, der wirklich böse Gegner beinhaltet. Und die hier sind zwar böse, aber noch nicht wirklich böse. Also für wirklich böse müssten es noch viel, viel schlimmere Gegner sein. Und ja, so ein halbes Herz schaden, das nehme ich auch mal auf mich. Aber ich finde es nicht gut, dass wir hier nicht mal ein Herz kriegen. Also wir haben jetzt... Ich brauche Items. Ich weiß nicht, ein Herz oder... Es muss kein Herz sein. Es kann auch was viel, viel Schöneres sein als ein Herz. Ja, zum Beispiel Schaden. Schaden sind minderwertige Items. Ja. Mal ganz im Ernst. Hätte ich all die Fliegen hier in Kacke verwandelt, hätte ich wahrscheinlich mehr rausbekommen. Ja, nur ein Schlüssel. Okay, Schlüssel sind gut, aber ich brauche... Ne. Leute, ne. Mach ich nicht mit. Da gehe ich lieber dann einmal dafür in den Shop. Jetzt seht ihr mal, was ich dabei rausbekomme, wenn ich hier einmal unsere Gegner in Kacke verwandle. Leute, sowas könnt ihr nicht... Sowas könnt ihr echt nicht mit mir machen. Ja, kommt, dann gehe ich direkt zum Boss, Gerdie. Das ist mir zu blöd. Gerdie ist so ein Gegner... Hier wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn ich Dings hätte. Ähm, the Wizard. Also diese Wizard-Pille, mit der ich so über Eck schießen kann, weil dann könnte ich mich hier unten in die Ecke stellen und er könnte mich nicht mehr treffen. Aber das finde ich auch so ein bisschen... Es ist ein bisschen Exploiten. Dass, ähm... Gerdie da unten nicht treffen kann. Wo man sich einfach da so ein bisschen versteckt, um halt keinen Schaden zu kassieren. So, Gerdie ist hin. Ich heile mich wieder ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Ich bin wieder fit. Und kann direkt weiter zu, äh, Marmen gehen. Nächste Ebene ist Marmen, oder? Oder erst... Nee, erst übernächste. Was rede ich denn? Marmen ist doch mal gar nicht in Sicht. So. Mietet mal wieder kein Klopapier. Ja, das kennen wir schon. Curse of the Labyrinth, Necropolis XXL. Wer sich fragt, äh, was dieses, äh, lila eine Feuer bedeutet. Man kann es, wie ihr eben gesehen habt, mit Bomben löschen, aber nicht anders. Also wirklich nur mit Bomben. Das ist so ein kleiner Nachteil. Und vor allen Dingen, es ist die rote Variante des Feuers. Das heißt, es kann schießen. Aber da es natürlich so eine Extremform ist, kann es natürlich mit Homing-Tiers schießen, statt mit normalen Tränen. So, hier in Necropolis immer gut auf die Steine achten, besonders wenn es zu viele sind. Denn, ähm, die Tinted Rocks sind hier gut versteckt. Die erkennt man nicht auf den ersten Blick. Aber hier scheint es keine zu geben. Oh, guck mal Isaac an. Oh, ist der nicht niedlich? Ich mag Isaac. Der ist knuffig. Knuffig ist, äh, immer gut. Und explodierende Gegner sind immer böse. Oder beziehungsweise Gegner, die Explosivgeschosse schießen, außer sie legen mir den, ähm, Secret-Room frei. Das fände ich dann wieder, äh, richtig toll. Aber das machen die nicht. Die wollen einfach nur böse sein. Oh, solche, wenn ich jetzt könnte, ich würde die direkt in Kacke verwandeln. Weil alle Versionen von Greed, egal ob Greed-Kopf oder Greed-Körper oder halt so ein Gehengter oder Greed selbst, ich mag Greed nicht. Ne, Greed ist von den Todsünden wirklich die Schlimmste. Die Gier. So. Oh, Bombsar-Key. Ja, doch, kündig. Bombsar-Key lohnt sich hier sogar. Weil wir brauchen nicht mehr so viele Schlüssel. Im Gegenteil. Es gibt hier wahrscheinlich eh keine Truhen. Wir müssen einfach bloß überleben. Und da eignen sich die Bomben, um hier irgendwie mal einen Tinted Rock zu sprengen. Oder den Weg in den Geheimraum versuchen zu finden. Lohnt sich da doch deutlich mehr. Ja, ich hasse es, dass die Dinger Spinnen erschaffen. Weil Spinnen, ihr wisst ja, wie ich zu Spinnen stehe. Und besonders zu diesen Spinnen hier. Oh Gott, Leute, ich... Ne. Oh Gott, die kann ich nicht in Dicks verwandeln. Ich kann die... Gut, ich habe wieder ein halbes Herz, aber das rettet mich nicht, glaube ich. Guck ein Herz aus. Oh Gott. Leute, ich brauche Herzen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will mir erst mal hier wieder irgendwo herzen. Seht ihr einen Tinted Rock? Ich brauche jetzt Tinted Rocks. Ja, ich könnte mit dem Emperor zum Boss gehen. Nicht ihr. Nicht ihr. Leute, das hier ist, glaube ich, unser Ende. Ein schwarzes Herz. Oh Gott, wenn ich die Ebene schaffe, wenn ich die Ebene geschafft habe, ist hier Ehre-Ende. Leute, das ist mir wert, mich darüber zu sprengen. Ganz ehrlich. Falls das eine Full-Hilfe-Pille ist, ich brauche sie. Herr Matthieses. Lohnt sich die? Kann ich die überhaupt zinten? Ja. Das hat sich schon gelohnt. Ich habe schon mehr Herzen draus bekommen. So. Dann machen wir die noch fertig. Ich sehe hier mal wieder keinen Tinted Rock. Vielleicht, wenn ich da hinten mal sprenge, das ist ja ein Geheim... Nein, hier gibt es keinen Geheimraum. Ich weiß nicht, wo sich der Geheimraum versteckt. Den bräuchte ich jetzt noch. Weil da kann immer wieder was Gutes drin sein. Oh, halbes Herz. Ja. Es sind wieder Champions dabei. Champions sind gut. Die geben uns ja wieder eine Vollladung. Und eine Pille. Ich bin gespannt, was es für eine ist. Ranger ist auch gut. Den Emperor, den nehme ich mal nicht mit. Obwohl, er könnte uns vielleicht mal in irgendeinem Notfall behilflich sein. Um uns in den Bossraum zu teleportieren. Aber im... Wisst ihr was? Nö. Sehe ich nicht ein, mich mit Greed-Köpfen zu prügeln. Ihr wisst ihr, ich habe es ja eben gesagt. Greed ist nicht mein Liebling. Und deswegen mache ich Greed hier einfach kalt. Und ihr habt eben Skype gehört. Es tut mir leid. Ich war mal wieder unzureichend vorbereitet. Für den nächsten Run, der heute noch kommt. Ich bringe jetzt immer zwei Parts pro Tag. Ist es dann wieder weg. Also da habe ich dann Skype hoffentlich gemutet. Falls ich es doch vergessen haben sollte. Tötet mich einfach. So wie es unsere Gegner hier versuchen. Aber nicht schaffen glücklicherweise. Warum auch immer. Die sind einfach zu schlecht für uns. Oh Gott. Ja. Sagte er und legte sich mit Knochenköpfen an. Diese Knoggerverschnitte hier. Nee. Stirb. Was auch immer du bist. Stirb. Ich gehe zum Boss. Donk Leute. Wir machen den Krieg fertig. Ich kriege davon nicht genug. Aha. Schlechtes Wortspiel. Stirb. So einfach sterben wird er wahrscheinlich nicht. Weil es ist Krieg. Und Krieg bedeutet Krieg. Sein Pferdchen ist explodiert. Das tut mir leid. Krieg. Komm. Dafür darfst du mir nachrennen und sterben. Ja. Das darfst du. Ja. Bist du ein niedlicher Krieg. Oh. Mit diesen knuffigen Chibi Augen. Aber dafür kriegen wir... I'm gonna lick them all. No Isaac versus Mom. Kriegen wir die Challenge hin, Leute? Was meint ihr? Kriegen wir die hin? Ja. Das Schaden. Könnte ein bisschen besser sein. Was stampft die denn heute so viel? Also heute stampft sie schon irgendwie übertrieben viel. Aber ich kann hier meine Bomben mal ein bisschen benutzen, um hier was zu erzeugen. Ja. 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 Ich kann die ganzen Viecher hier nämlich betäuben. Ich muss die... Ich will die Challenge nicht nochmal machen. Die Poop Challenge. Mann ey. Ich lasse mich zu oft treffen. Ich darf nicht so unvorsichtig sein und mich auf die Bomben konzentrieren. Sondern ich muss jetzt wirklich hier... Mom in einer Tour fertig machen. Ja, Mama. Auge betäuben. Und nichts erstampfen lassen. Ich hab's doch gleich... Ja, sie ist tot. Stuff. Oh ja, dann noch einen Trollbomben hinterher schmeißen Du Spades, nehmt du auch Was bist du denn, Child's Heart Calls out his little brother I can see forever Jetzt könnten wir theoretisch hier die Geheimräume auf der Ebene sehen Indem ich mich mit dem Emperor wieder hier in den Raum teleportiere Aber ne Wir nehmen die Challenge Wir haben die Rune of Jera erhalten Und ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal Lass mir doch als Kommentar da einen Daumen nach oben Tschüss Und bis zum nächsten Mal Mit mir, euren Wolf Ja, gut, bis dann